So, wieder aufgenommen. So. Digga! Junge, ich hab ja keine Chance überhaupt zu spawnen, Mann! Ey, wenn du mich jetzt spawnen wärst du mich hier rast aus, ne? Das könnt ihr mich hier eigentlich auch so machen. Was? Das willst du überhaupt nicht spawnen? Was? Was? Digga, ohne MP! Digga, ohne MP! Was? Was? Junge, ich hab so gehackt, ne? Okay Digga, jetzt pass auf Digga. Ich hack jetzt, ne? Genau, du hackt also! Digga! Egal! 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 Du Dreckiger Hund! Alter, das hat grad echt ausgeschauen, dass Vivi nicht einfach so richtig viel hacken würde, Alter. Headshot, bam, nirghal, tu die MP weg! Jogi, komm runter! Johannes, du hattest den Kopf, ne? Was ist das? Pass auf, Digga. Johannes, du hattest die Ohren wieder! Was? Guten Tag, ich bin die Busfahrer! Jogi, komm! Ey, ey, was war denn? Der ist jetzt! Was? Was für? Was für, Digga? Der stellt sie vor mich und... Okay, Digga, wenn du so willst. Ich hab den 198er Hützug gegeben, Digga! Digga! Ai! Was für, Digga? Okay, Digga, lass mich auch mal die MP holen, Alter. Digga, chill deine Basis. Nein! Ich hab nicht gezielt, Digga, ich tep! Nein! Warte, ich will sie mich kurz holen. Ich hab wieder gezielt, ich tep! Schau mal kurz deine Basis. Jo. Schau mal hier mal kurz eben die Tech. So. Digga, ich geh dir einfach mal... Headshot, oder was, Digga? Ja, Headshot, Headshot, Digga, Headshot. Ja! Ja! Das war ein Headboom! Ey, Mann! Junge, leg die Scheiß-Tag weg, Mann! Was?! Mann, leg diese Scheiße wie jetzt weg! Ey, du hast mein... Ich hab fast mein Headset zerstört, oder? Ja! Ja! Grüße sie! Ja! 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 Jetzt hast du eine letzte Video dazu! Okay, lass mal mit den ganzen waffen! Und zwar die Minigun. Mit, äh, Minigun mit die ganze bauen! Hallo! Tobias! Tobias! Oder ich kann Zeugen auftreten, mir zu helfen! Bitte helfen Sie mir! Ich bin mit Tobias! Bitte helfen Sie mir! Ja! Wir nehmen jetzt das ganze für Minigun, ganz ganz so einen tag und sagt mir noch wenn ich ganz so ein paar polis deswegen muss ich ja killen und dann geht es erst was für ich hab die sofort gedrückt so wie es kommen lassen müssen du es zocken kommen ok ok hallo hallo zocken wir ein bisschen durch hallo wer sind sie sagen wir ein bisschen durch ein solange viel grund zufriedenheit ja von mir aus so kennen wir ein bisschen du wirst ja von mir aus mann sagen auch von mir zu helfen bitte helfen sie mir ich bin in gefahr bitte helfen sie mir das wirkt auch von jeder und in den meisten fällen können sie auch aus so einer situation hallo mach du es mach du es ja junge ich bin auch nicht so schnell man ich muss mich selbst reinpacken ne oder was ich lass mich mal bitte ein schluss ja was ist los äh es war gerade die spielersuche weil ähm ich wäre sonst in einem game gelandet so junge ich dachte schon die werden was passiert also niemanden irgendwas passiert oder so alter lassen wir mal gleich du sein dass wir gleich du sein weil du musst mal du musst mein rücken accessoire anleitung sternenbogel 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 genau und den hängegleiter rostlaube sowieso hast du das hast du das war warte ich muss ich das suchen mein 500 sowieso hast du kommandos sind kommando ich habe kommandos können wir es ist mara ich habe schon mal legendäre spin sie ob hast du eine sense hast du eine sense jetzt 22 goldenes günstiger es ist wenn sie habe ich nicht aber diese fusion sensor ich habe die schnitt ich habe die schnitt sagt äh ja äh dingens tobias wie heißt du eigentlich auf dem psn lcc 977 ok ich hätte es nicht morgen also ich heiße überall lcc 977 schon fast ja warte ich ich höre bloß kurz mein obatzen und meine solchstange gert macht es und absten und solchstange weiter oder selbst agieren johannes röding feldbogen ich höre bloß kurz meine solchstange ja wo gehen wir hier sollte wo gehen wir hin sollte warte so wie es nur mehr zur info ich hätte mich dann morgen und ja dann lassen wir gleich party chatting vom ps weil dann hast du vorsache reisen 4 äh nö wollen wir dann einfach holen ja das kostet 40 euro weil ich hol mir das dann nämlich erlass briggs haus oder geht man wissen weil ich gehe das haus da ist der lama das war eigentlich für mich gedacht wenn wir so zur impfung ich hab ja lange zu hause du nicht die gellohannes reitigen feldbogen jetzt pass auf digga jetzt pass auf und dach herr lama du chaot was machst du hier du kleiner chaot du oder ich bin direkt aus digga was ist das für eine scheiße holt mal was nicht also entschuldigung der war unsichtbar noch bereit und gibt mir die gruppen anführung ja wie denn jetzt du gehst auf dinge zu gehst auf plus oder wie das heißt aber einfach freundsmenü dann gehst du auch auf sprach chat oder auf mitspielen teammitglieder dann gehst du auf dingens und dann gehst du befördern ich weiß wie das geht aber ah nein zehn egal egal ein bisschen du warst in einem Arschloch wieso du warst sehr lecker unter dem dass die Gott ist die 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 schütteln wir sind wenn ich doch verbunden das verkackst in die früste ja das kann ja auch das ist ein sie trennt sie nicht spaß beginnt sollte die spaß mit dem übrigens es kommt bald wieder töte trauer zurück doch es kommt zurück entweder was für das auge alte kulte towers ja ich weiß mit mainz hauen so was man mit dem hinderung besiegt aus das nervt ich installiere morgen direkt auf der ps fortnight und vorsahre und dann können wir ein bisschen ich kauf mir weben weil ich jedes paket habe direkt mir und farmers müll farmers und und jahren zocken dann können wir mal auf die ersten bis zum zocken Prozent als dort ist hier so wie es benutzt ein spartiges oder eher weniger wir haben schon ein bisschen hin und wieder mal aber dann einmal Prozent waren also da gibt es einfach im PS-Menü einmal hoch dann bist du ein Party-Chat-Menü und da habe ich die Weihluss-Playstation-Menü und ich habe schon länger eine Playstation wie du hallo sagen kannst und ich glaube ich werde es dann glaube ich immer über über die chatte ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe überfordert ich habe ich habe überfordert was ist los ich habe sogar schon eine Playstation 3 gehabt ja ja ich habe auch mit hier ich habe auch mit PS3 also das ist der jungen hat das du die hattest du die allererste version von der Playstation 3 ja wieso ich habe die allererste und die war auch sauner ist und ich habe damit nur GTA 5 gespielt und das ding ist ich habe sogar die hat drei und vier sogar noch gespielt ich habe ja ich habe keine ich habe ich habe Vielen Dank.